Jess, wir machen hier einen richtigen süßen Zaubertrank. Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist ein bisschen Kaugummi. Und ich lege noch ein paar Schokoriegel hinein. So ist viel besser. Wow, das sieht ja toll aus. Oh nein, was ist hier los? Wir werden hineingesaugt. Wo sind denn wir hier? Keine Ahnung. Aber ich mag unsere Outfits. Wow, schau dir das an. Ein Automat voller Kaugummi. Und ich habe einen Schoko-Automaten. Sieht ja toll aus. Da sind auch schon meine Schoko-Bonbons. Probieren wir mal. So richtig schön genusprig. Toll. Einfach köstlich. Was machst du denn da, Susie? Ich nehme die Kaugummis raus. Ich muss nämlich alle Geschmacksrichtungen auf einmal probieren. Das war auch nicht voll süchtig. Ich kann echt nicht genug davon bekommen. Denkst du mir, stehen diese Farben? Wie auch immer. Es wird Zeit, dass ich den Kaugummi probiere. Komm mal her, mein kleines süßes Biest. Ich könnte ja noch dieses Ding da abschrauben. Was machst du da, Susie? Das wirst du gleich sehen. Ich nehme die Kugel einfach ab. Und schon sind wir voller Kaugummi. Das müsste doch sicher mit meiner Maschine auch so funktionieren. Gute Idee. Oh, so viele Schoko-Bonbons. Unser Plan hat funktioniert. Fantastisch. Das hätte ich doch gleich so tun können. Jetzt können wir was davon probieren. Ich werde dafür diesen Mega-Strohhalm hier benutzen. Voll bequem, oder? Wir saugen die Süßigkeiten auf wie so ein Staubsauger. Du bist ein echtes Genie, Susie. Lass uns aber nicht vom Reden ablenken. Wir haben noch eine Menge Süßigkeiten. Ich glaube, ich habe zu viele Kaugummis im Mund. Ich kann die nicht durchkauen. Sorry, ich verstehe nicht, was du sagst. Diese Bonbons knuspern zu laut in meinem Kopf. Oh, voll lecker. Hey, Susie, was ist mit dir los? Ich kann meinen Mund nicht bewegen. Mh, ich muss diese Kaugummis durchkauen. Es geht aber nicht. Das sah ganz schön eklig aus. Macht hier nichts draus. Mh, Eis mit Schokoriegelgeschmack. Was könnte denn besser sein? Susie, was ist das denn? Sieht aus wie Kaugummi. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Willst du vielleicht überprüfen, was drin ist? Oh, diese Packung ist ganz schön heiß. Ich habe mir die Finger verbrannt. Willst du anfangen? Gute Idee. Ich habe nichts dagegen. Ich probiere erst mal das Snickers-Eis. Mh, schön schokoladig. Und jetzt kommt das Twix-Eis. Einfach wunderbar. Vor allem der Keks. Mh, jetzt wird es Zeit für Bounty-Eis. Oh, das zergeht ja nur so auf der Zunge. Das beste Eis in meinem Leben. Und was ist, wenn ich alle drei Geschmacksrichtungen verbinde? Wow. Okay, jetzt wird es Zeit, das irgendwie abzulecken. Mein gesamtes Eis ist rausgefallen. Wieso hast du mich nicht aufgehalten? Das war doch voll die blöde Idee. Okay, immer mit der Ruhe. Susie, mach weiter. Irgendwann hätte das passieren müssen. Okay, ich benutze einfach meine Schutzbrille. Ich habe voll Angst. Ich hoffe, das explodiert nicht. Okay, so weit, so gut. Und was ist da drin? Hä, ist das etwa Papier? Das darf doch wohl nicht wahr sein. War das jetzt also falscher Alarm? Ich muss alles aus der Tüte rausholen. Okay, ich habe das Ding gefunden, Jess. Siehst du das? Ist das ein Bonbon oder ein Kaugummi? Ich verstehe es nicht. Schau mal, das sieht ja gar nicht gefährlich aus. Oh nein. Ich glaube, ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Mein Mund steht in Flammen. Hilfe! Ich brauche sofort Wasser. Aber weißt du was? Das hat mir gefallen. Pass mal auf, jetzt mache ich eine Kaugummi-Blase. Nein, tu das nicht. Bitte hör auf. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh Mann, jetzt haben wir kein Zuhause mehr. Komm schon, dafür hat es Spaß gemacht. Wow, das ist ja Zuckerwatte-Kaugummi. Wie toll. Wow, wieso hast du so viele Überraschungseier? Keine Ahnung, aber das gefällt mir. Das ist keine große Sache. Dafür schmeckt mein Kaugummi wahrscheinlich besser als deine Schokolade. Mann, ich kann diese Packung nicht öffnen. Verdammt. Komm mal her, mein Schatz. Sieht wirklich aus wie Zuckerwatte. Riecht aber ziemlich gut. Ich hoffe, das wird mich nicht enttäuschen. Mh, richtig gut. Schmeckt süß. Zu schade, dass die Portion so klein ist. Das war es auch schon. Jetzt wird es Zeit für eine Kaugummi-Blase. Mh, der Kaugummi dehnt sich schön gut. Schau mal. Ups, das Ding klebt an meiner Nase. Ich kriege den Kaugummi einfach nicht ab. Ach, wie auch immer. Mann, bist du witzig, Susie. Okay, jetzt wird es aber Zeit, dass ich mich an diese Schokoeier mache. Mh, das sind ja Kinder-Joyes. In der ersten Hälfte sind richtig leckere, knusprige Schokokugeln drin. Ich liebe diesen Geschmack. Und was ist in der zweiten Hälfte drin? Oh, das ist ja ein Spielzeug. Was für ein süßer, kleiner, lila Drachen. Wenn du Fallvisalier öffnest, könntest du eine richtige Sammlung bekommen. Das ist eine gute Idee. Genau das habe ich jetzt auch vor. Noch ein Spielzeug. Super. Oh, das ist ja gar kein schlechtes Tempo. Mh, ein kleines Flugzeug. Und was kommt weiter? Hä, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hm, ich habe sie alle. All diese kleinen Spielsachen. Mann, wieso bekommst du so viel? Und ich habe kaum was bekommen. Jetzt hab dich doch nicht so. Ich habe auch was für dich. Oh, was für ein schönes Armband. Danke dir vielmals. Und die Schokolade ist auch für mich. Fantastisch. Das ist so lieb von dir. Bedien dich. Wow, ich liebe Milkshakes. Die sehen richtig gut aus. High Five. Heute ist unser Glückstag. Ich probiere zuerst meinen Milkshake. Mh, so richtig schön schokoladig. Mit Sahne. Und mit Keksen. So winzig, aber doch so lecker. Mh, schön viel Schlagsahne. Ich liebe es einfach. Das war einfach viel zu gut. Ist hier etwa nichts mehr übrig? Och, Menno. Das Glas ist leer. Zu schade, dass alle guten Dinge so schnell zu Ende gehen. Aber jetzt bin ich dran mit meinem Milkshake. Diese Farbe sieht einfach wunderschön aus. Und diese Sahne, so richtig schön luftig. Wie eine Wolke. Richtig lecker. Okay, genug geredet. Probieren wir mal. Hey, was ist denn hier los? Ich denke, mein Cocktail ist einfach zu dickflüssig. Was soll ich jetzt tun? Ich muss wohl alles aus dem Glas auf den Tisch schütten. Das sieht aus nach ganz normalen flüssigen Kaugummi. Ich denke, du hast recht. Ich hatte gehofft, es würde was Interessanteres sein. Kann man das überhaupt essen? Mh, das ist ja voll lecker. Ich liebe es. Ich will mehr davon. Oh nein, bloß nicht das. Meine Hand klebt am Tisch fest. Was mache ich denn jetzt? Oh, Susi, ich glaube, die Dinge stehen schlecht. Du musst doch was tun. Hilf mir, bitte. Ach, komm schon. Ich werde mir was einfallen lassen. Halte durch. Wir schaffen das. Gemeinsam. Oh nein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.